hey ho holla mein stadtdatspruch willkommen auf lanetania.net wer im dings zählt wird es heißt der mini stream hier auf diesem server hier ich werde auch ein bisschen mit euch quatschen und ich mache mir jetzt erst mal mein chat an damit ich babbeln kann und mit euch reden kann zurück pack ich es jetzt hin und manu ich muss das hier so hinklicken auf mein pc weil wenn ich es jetzt so umdrehe geht verschwindet nach einer zeit mein chat das wollte ich gerade schreiben loll ich will mir jetzt noch mein ganzes energy gedulds her trinken whatever ich sollte auch schon mal ordentlich schreiben freu mich ja ich habe jetzt alles was ich zum trinken hier habe ein paar tipps habe ich auch noch da ich habe mich definitiv vorbereitet und die zuschauer die eintreten hi 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 noch sind keine da aber hi hi die reinkommen hi ich bin gerade ernsthaft schlecht vorbereitet da ich meine ganzen energy trinkst es liegt daran dass ich das ist nicht mehr möglich sein eh ja gut warum drehst du dich die du machst mich nacht wenn du dich um mich herum mir brauchst du kein fleisch anzudrehen mir brauchst du es ernsthaft nicht anzudrehen ich ich esse das hier in dings nicht und wie ich breakboost hasse wie ich den breakboost hasse wie ich den einfach nur hasse der breakboost das mag ich gar nicht hi 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 und ähm ah die die jetzt reinkommen oh hi erstmal ähm ich sehe den chat nicht weil mein handy so dachten denkt so wenn ich ihn wenn luna den hinstellen hin legt werde ich einfach nicht mehr anzeigen und jetzt muss ich den irgendwie wenn ich den hinlegen wird er noch mal zeitlich angezeigt aber wenn ich den grad halte komischerweise schon